Ah, Überlebende gefunden. Das habe ich in Auftrag gegeben. Ich muss noch einen Wegpunkt setzen, weil da finde ich nie hin, nie. Ah, da ist er. Fremde in Schwierigkeiten, also das sind die. Ja, das Problem ist, ich kann mich nicht auflösen. Auch wenn ich es gern tun würde. Das geht einfach nicht. Welche Richtung? Ich glaube links, wieder zurück in die Stadt. Die verlangen schon nach Abwechslung. Es gibt so wenig zu killen in der Basis. Ich bringe euch jetzt eine Horde. Die ist mir auf den Fersen. Ah, weil ich gerade da bin. Ich werde deinen Rucksack abladen. Ah, es geht, es steht. Ups, sorry. Mein Headset ist verrutscht. Ob der Aufregung. Was habe ich da? Einen 9mm. 7mm. Naja, die ist gar nicht so schlecht. Und wenn wir die weggeben. Was weggeben. Was nicht. 9mm. Und dann werden wir uns eine Hiebwaffe. Was ist denn eine Hiebwaffe? Eine rostige Machete. Ja. Ist mir zu rostig. Habe ich nichts Schöneres? Eine Axt oder ein Beil. Gepflegte Klinge. Gute Qualität. Rostig. Karma. Übungswaffe. Ja, ich weiß auch nicht. Was soll ich nehmen? Gepflegte Klinge, nehme ich. Nein! Ah, bin ich blöd. Ausrüsten wollte ich. Verwenden. Gut. Geht klar. Ich hoffe, der Verbänderte lebt noch. Nicht so sicher. Das werden wir auch ausprobieren. Ich bin ja auf Hiebwaffen spezialisiert, oder? Moment. Bevor ich da was Falsches sage. Ja, Hiebwaffen. Genau. Und als Spezialfähigkeit habe ich Zorn. Bei jedem Kill erhöht sich meine Ausdauer etwas. Ist das nichts? Ist geil, oder? Jetzt bin ich aber woanders raus, wie ich reingekommen bin. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert mit dem... ...mit dem Auto reparieren. Die reparieren einfach nichts. Wieso nicht? So, repariert doch. Die nächste größere rechts. Horde. Wow, das ist saftige Horde. Das kostet mich die Stoßstange. Da rein. Was ist das? Nobelfiertel. Noch eine Horde. Das war eine kleinere Horde. Siehste? Oh, scheiße. Es brennt. Oh nein, der war noch nicht vollständig gerade. Wenn das in die Luft fliegt, bin ich im Arsch. Ich lasse es hier als Andenken stehen. Nimm das da. Das war gerade in der Autowäsche. Ich parke hier. Oh. Oh! Fragezeichen galore. Ist hier niemand? Da ist niemand. Ich kann mich erinnern, hier war ich schon überall. Die Waffenstufe 3, gut. Brauchen wir irgendwas? Medikamente? Nahrungsmittel? Ich werde schon mal vorsorgen. Wenn wir neue Überlebende dazu bekommen, die müssen ja auch was essen. Wir sollten eigentlich ihr eigenes Essen mitbringen. Bei mir kriegen sie Unterkunft und meine Pornosammlung. Ist das nix? Nichts. Nichts. Gute Hausfrau war hier zu Hause. Das Haus ist sauber. Geh mal gleich da raus. Geht nicht? Da geht das. Es ist gestanden sauber. Ist das ein anderes Haus? Ja, das ist ein anderes Haus. Da war schon einmal ein Überlebender. Vielleicht habe ich Glück. Nein, diesmal nicht. Falsche Entscheidung. Ich gehe am Gehsteig. Den Frühsport. Oder Spätsport. So, das Auto nehme ich dann, wenn ich fahre. Fast wie ohne Zombies. Schau. Wie düllisch. Nette Reihenhäuser. Offensichtlich nicht. Confirmed. Wir sind frei hier. Danke. Was? Beim Eck war er. Ich glaube, ich habe genug Zeit. Wieso hast du nicht gerufen, als ich reingekommen bin? Du hast mich gesehen. Du deb. Du rennt. Du sittig hirn. Ich glaube, dass es schön geht. Das ist eine Rekordzeit. Du hast daneben gehauen. Ich war schneller. Gut, dann... Nein, ich brauche noch was. Wenn ich schon heimfahre, komme ich nicht mit leeren Händen. Das wäre Verschwendung einer Basistournee. Irgendwas muss da doch noch sein. Das gibt es gar nicht. Das ist ein Riesenhaus. Manche sagen auch schon Anwesen dazu. Gleich auch Verwesen. Was? Hinter dir, der Typ. Habe ich schon Depp zu dir gesagt. Zeit wird's. Wollte ihn schubsen. Fenster raus. Noch einer. Könntest du mal bitte... Ja, danke. Genau. Schädel zertrümmern. Heißt die der Wiese. Mondbasis Alpha 1. Commander Koenig. An Basis. Wir nehmen den Adler 3. Für die Rückkehr. Und zwar den Sportwagen. So, das wird der nächste Außenposten. Soviel kann ich euch schon verraten, ohne zu spoilern. Die nächsten 5 Minuten. Schau dir die Molotöffer an. Ein Haufen. Ein Haufen Molotöffer. Ei, der kommt rein. Ich dachte, der ist zu hoch. Zu steil für ihn. Und da, Lebensmittel. Ähm, ja. Okay, safer will sie's. Safer 6. Check your 6. Äh, 6. Wir müssen es safer machen. Paracetamol. Und du fühlst dich wohl. Was ist wichtiger? Brandbomben oder Paracetamol? Sagst du? Nein, nicht das. Das hier will ich durchsuchen. Genau. Noch eine. Okay. Das halbe Dutzend ist voll. Muss ich dich schieben? Normalerweise geht das umgekehrt. Ich glaube, wie ich ihn schiebe. Noch ein Sweep. Wisch und weg. Die Küchenrollen von Zeva. Bringt ihm einen. Komm halt rein, du Rindviech von Zombie. Zeffix noch einmal. Arsch. Schau. Jetzt muss ich extra rundherum latschen. Zombies coming up behind us. Und warte mal, was da kommt. Eine Horde. Nein, jetzt muss ich auch noch das Auto nehmen. Weil zum anderen schaffe ich es nicht mehr. Steck ein. Oh, Rind. Mach die Tür auf auf der anderen Seite. Mann, ist ja blöd. Sitzt du eh drin? Ja. Dachte schon, er ist nicht eingestiegen. Oder rausgefallen. Oh, ich habe mich verfahren. Ich wollte rückwärts einparken. Das war noch nie meine Stärke. Noch dann zumindest auf Sportwegen. Ich hatte noch nie das Vergnügen, einen Sportwagen zu fahren im echten Leben. Wenn das nicht solch... ... einen solchen. Wo war jetzt die Lebensmittel-Vorrat-Dings-Truhe? Ich wollte nach Hause funken. Ich könnte eigentlich gleich hier den Außenposten machen. Da waren die Lebensmittel, gell? Ja. Es ist safe. Schau, es hat gesagt, all quiet here. Geklitscht. Und es ist auch nicht alles durch Sucht. Ist wieder ein Bug. Oder? Nein, da habe ich nicht Ruhe übersehen. Sorry, mein Fehler. Manchmal ist es halt auch mein Fehler. So, jetzt. Jetzt. Äh. Äh. Es ist safe. Wenn ich sage, es ist safe, ist es safe. Es ist safe. Das ist auf. Wissen. Äh. Äh. Versicherungsschutz. Wann ist es safe? Sie spawnen doch ständig. Ganz safe ist es nie. Vielleicht ist ein Zombie in die Wand. Da ist ein Punkt. Schau mal. Das ist er. Und sonst ist nichts. Ah, jetzt geht's. Okay. Okay, dann können Sie auch gleich plundern. Jetzt kann ich meinen Versorgung spinnen. Ich brauche keine Snacks. Das ist für Pussys. Snacks sind für Pussys. Aber ich sollte zurück mit dem Ad. 209. Ich hoffe, ihr kennt Ad2O9. Geht ja schon die Puste aus. Ich bin eine Ex-Radlerin. Kommst du nicht nach? Achtung! Achtung! Und da geht mein Sportwagen dahin. Alles verbeult. Wo muss ich parken, dass sie... Ups. Das war eine coole Drehung. Wo muss ich parken, dass sie reparieren? Da, glaube ich, ne? Oder in der Garage? Vielleicht? Hier? Kann das sein? In der Garage? Das ist ja keine Garage. Oh Gott, ich stecke fest. Oh, fuck. Ich stecke fest. Ich habe blöd gepackt. Ah, ich kann hier durch. Das Problem ist, ich komme dann da wahrscheinlich nie wieder rein. Ich muss außen rum. Der Sergeant Tan wartet immer noch. Also repariert sieht das nicht aus, oder? Sieht das repariert aus. Ich weiß schon, es geht über Nacht. Aber... Es stand über Nacht da. Sogar zwei Nächte. Ich habe dich gerettet, ja. Kauf mir einen Lutscher.